So, da war gerade eine kleine Unterbrechung. Wir wollten nach Hause. So. Und wir haben endlich wieder Geld. Meine Fresse. Geisterjäger hier. Wie war das? Ghostbusters! Aber ich kann mir ja nicht... Ne, kriege ich nicht hin. Ghostbusters! Ich kann nur den Refrain. So. Strike für Ghostbusters. Ja, ja. Ja, ich hab noch nie einen Strike bekommen. Ich pass ja immer schön auf. Und Content-Treffer, weil ich Ghostbusters singe. Genau. Deswegen. Ja, ja. Ja. So, mein Freund wird noch ein bisschen eine Weile hier nebenstehen und noch ein bisschen mitkommentieren. Die liebe Serena wird sich jetzt schön... Mh... Ah. Da schläft wieder so ein Streuder vor der Tür. Und unsere Katze rennt wieder durch die Gegend. Kannst ja auch der Grund sagen, warum ich hier oben stehe. Ja, du willst mit kommentieren, ne? Und warum? Weil du meinen PC belagerst. Ja. Ich hab ja gesagt, dass ich an dem anderen PC aufnehmen möchte. Weil, ähm... Mein PC sich immer überhitzt und dann das Spiel ausgeht und, äh... Ja. Das nervt. Und das Spiel geht irgendwie auch so von selber ab und zu mal aus. Ähm... Ja. Äh... Ich freu mich auf den nächsten Urlaub. Was hatten wir denn eigentlich gesagt? Ja, Ägypten wollten wir ja eigentlich. Aber, ähm... Haben wir ja bisher noch nicht... geschafft. Und, ähm... Wir müssen dringend was essen. So. Ich näse auch übrigens. Ich hab schon wieder ne... Schnupfen. Muss ich was gegen machen. So. Wir schlafen noch eine Runde. Und da... Wein, 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 Wein. Wir können gleich Wein ernten. So. Um 8 Uhr aufstehen. Das ist irgendwie nicht so ganz unsere Zeit. Aber dann tun wir halt ein bisschen Unkraut jäten und ein bisschen ernten und so weiter und so fort. Unseren Garten ein bisschen pflegen. Und du Streuner, von dir will ich nix. So. So. Und wir wollen eine Paprika-Pflanze züchten. Ja, Paprika habe ich jetzt noch nicht. Die müssten wir dann kaufen. Maggie, bleib mal stehen. Maggie, Zuneigung. Hand beschnüppeln lassen. Maggie, streicheln. Maggie, Leckerchen geben. Und Maggie... Mit der Maggie reden. So. Ja, streunender Hund. Ich wollte ihn nicht haben. So. Kannst an der Tür kratzen, wie du willst. Ich habe schon ein Haustier. So. Haben wir eigentlich die Musik ausgemacht? Oder ist so gar keine Musik dabei? Ich bin gerade irgendwie etwas verwirrt. Nö, die Musik ist an. Nur sehr leise. So. Ja, du streunender Hund. Du kannst abhauen. Ich habe schon mal eine kleine Maggie. Wir können dann auch ein bisschen Schach üben, bevor wir gleich zur Arbeit gehen müssen. Gucken, wie viele Schachpunkte haben wir uns wieder erschienen. Das sieht irgendwie voll nach Cheaten aus. Aber anscheinend haben wir Logik schon so gut trainiert, dass wir nur die Punkte noch nicht gut geschrieben bekommen haben. Wir kriegen ja auch hier dick da siebenmal 50 Punkte. Wenn wir Logik auf Level 6 haben. Und noch ein bisschen Logik üben hier. Und wir müssen anfangen zu arbeiten. Dann gehen wir erst nochmal schnell auf die Toilette. Da kommt auch schon unsere Durchsage. Arbeit, Arbeit. Wirk, wirk, wirk. So. Aufhören. Und wir haben noch einen Punkt kassiert. So. Schnell auf die Toilette. Schnell unter die Dusche springen. Da wir ja Gleitzeiten haben, ist das eigentlich so ziemlich egal. Die Leute sind froh, wenn die Geister aus ihrem Haus verschwunden sind. Egal wie vor. So. Ah. Schon wieder Nachbarschaftspoltergeist jagen. Gegenüber. Die guten Herren haben jemand aus Ägypten zu Besuch. Oh. Und noch mehr Besuch haben die auch. Wir begrüßen erstmal denjenigen aus Ägypten. Den würde ich nämlich gerne kennenlernen. Dann nehmen wir hier die Aufgabe an. Weiß nicht, wie viele Geister abzugeben. So. Und das arme Kind, das brüllt wie am Spieß aufgeschlitzt hier. Deswegen tun wir jetzt erstmal die Geister aus den Möbeln ziehen. Vier Stück sind es. Was geistert denn noch rum? Also da hinten der Futternapp von dem Tier. Geister exorzieren. Dam, 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 dam. Wo? Im Keller. Im Keller. Im Keller ist alles ruhig. Es läuft. Im Keller ist nichts. Zweite Etage gibt es nicht. Ah. Sirena läuft schon wieder. Die Hundehütte jubelt schon wieder durch die Gegend. Wisst ihr noch, hier war das, wo der Meteorglied drauf geknallt ist? Ja. Mein Freund lacht. Der hat das auch gesehen. So. So. Ein junger Geist. Ja. Verdient man sich halt ein bisschen mehr mit. So. Wir sind, glaube ich, gerade wieder befördert worden. Ich hab's weggeklickt. Wir sind jetzt schon Geisterjäger vier. So. Wir haben noch einen weiteren Auftrag diese Nacht. Müssen wir uns beeilen. Haben schon 21 Uhr. Und im Gefoltergeister in diesem Haus werden wir uns kümmern. Ah. Ah. Ist ja süß. Das hier ist so ein Katzenversteckungs-Fisch. Der ist sehr niedlich. Ah. Wir wollen die Logik verbessern. Das machen wir auch dann. Wenn wir wieder zu Hause sind. Und natürlich mit der Maggie spielen. Wir wollen ja nicht, dass die Maggie abhaut. Es, wie gesagt, weggenommen wird uns. So. Und. Und. Was läuft das da? Ne. Die haben aber viele Katzen hier. So. So. Willkommen zurück. Ähm. Das Spiel ist wieder abgeschmiert. Wie ihr das eben vielleicht schon gesehen habt. Ähm. Deswegen ist ein Schnitt. Ich, ähm. Hab jetzt wieder soweit gespielt. Und wir haben noch ein Haus übrig. Das wir noch untersuchen müssen. Äh. Das Haus dahinter, glaube ich. Und wo sich noch Geister rumtreiben. So. Hm. Welches Geist? Was ist das da? Okay. Ermittlung in der Nachbarschaft. Paranormale Aktivitäten untersuchen. Okay. Wir sind ja eben eine Stufe aufgestiegen. Deswegen müssen wir hier auch den neuen Text haben. Genau. Hier ist der neue Text. Ähm. Glück von Serena wurde vom Stadtrat der Stadt Apollosa Plains in Anerkennung ihrer ausgezeichneten Arbeit. Der Titel Gespenster in Schärferin verliehen. Die Einwohner berichten, sie hätten den Wind deinen Namen heulen hören. Sieht so aus, als hätten die Erscheinungen, die diesen Ort aufmischen, deine Arbeit zur Kenntnis genommen. Unklar ist, ob sie deine Gespenster Vernichtungsfähigkeiten fürchten oder dich in eine Falle locken wollen. Doch du musst deine Arbeit fortsetzen. Die Bürger dieser Stadt brauchen dich. So. So. Jetzt fertig. Und jetzt müssen wir hier Ermittlungen in der Nachbarschaft machen. Paranormale Aktivitäten untersuchen. Wir sind jetzt also da drin und untersuchen paranormale Aktivitäten. Okay. Dieser Nebel, der ist für mich ja paranormal, aber naja. Gut, dann untersuchen wir halt erstmal im Haus. So. Wie gesagt, die Aufgaben ändern sich immer wieder und... Das sieht man ja auch hier. Was ist denn das? Ach so, das leuchtet nur so, weil das Baum wackelt. So. Ich glaube, wir sind gleich fertig mit den Ermittlungen. So. Okay. Es ist eine Sache, auf Friedhöfen rumzulungern. Haben wir schon wieder eine Förderung bekommen? Ne. Und nach verirrten Geistspenstern Ausschauzeiten. Doch es ist etwas ganz anderes, allein in ein Gebäude zu gehen und einen wütenden Poltergeist gegenüber zu treten. Im Rathaus wird dein Mut bewundert. Und man möchte dir danken, dass du die Häuser in Abflug... Hallo, Sarplanes von paranormalen Erscheinungen befreit hast. Begib dich bitte zum Rathaus, um folgende Auszeichnung zu erhalten. Geisterjäger Gespenstermedaille. Ich würde schon fast sagen, dass wir Gespenstermedaille bleiben, aber diese nächtlichen Zeiten sind nicht so toll für ein Let's Play. Auf jeden Fall werde ich das noch eine Weile machen. So, wir haben unsere Auszeichnung abgeholt. Hallo, Serena. In letzter Zeit ist mir dein Name häufig zu Ohren gekommen. Ja. Du hast dein Geschick bei der Geisterjagd gut genutzt. Du hast vielen Bürgern geholfen, indem du ihre Besitzhümer entspuckt hast. Als Dank für deinen Dienst an Apollosa Plains möchten wir vom Rathaus dir mit Freunden folgenden Preis verleihen. Gespenstermedaille. Wir hängen es voller Stolz an deine Wand. Ja. Hängen wir auch. Berufserfahrung. In zehn Stunden startet unser Job wieder. Wir fahren nach Hause und suchen unsere Katze. Wo bist du, Katze? Da bist du, Katze. Wir müssen unsere Katze knuddeln. Zuneigung beschnüffeln. Zuneigung streicheln. Ne, nicht Zuneigung zu uns selber. Also, Zuneigung zu der Katze. Zuneigung Leckerchen geben. Und du blöder Köter. Dich habe ich doch eigentlich schon mal verscheucht gehabt. Und du bist schon wieder da. So. Hör auf, mich zu nerven. So. Streuner verscheuchen. Tut mir leid, mein Freund, der muss immer noch husten. Ich weiß nicht, ob ich da jeden Huster erwische und den schaffe, wieder rauszuschneiden. So. Tschüss. Verzieh dich. So. Wir können unseren Garten pflegen. Ach nee, wir sind leider zu müde dafür. Wir legen uns erstmal sofort ins Bett. Wir wollen noch ein paar Geister sammeln. Drei Geister sammeln. Und wir kriegen 500 Zufriedenheit auf Lebenszeit. Und noch ein paar mehr. Ja, wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? 10.000. Das ist doch ganz nett. Ich bin darauf, jetzt aus den Sammelhelfer zu holen für 40.000. Und dann später zu sammeln. Und dann immer in den Urlaub zu fahren mit dem gesammelten Zeug. Dürfte jetzt auch mit dem PC ein bisschen flüssiger laufen. Wir müssen unsere Rechnung bezahlen. Und wir haben wieder so wenig Geld. Unsere Rechnung ist ganz schön hoch. Da können wir uns gar nicht hier so einen Architektenjob mit diesem Punga-Lohn leisten. Das ist ja echt viel zu wenig. 136 und dann, ich habe eben sogar Minus bekommen, Schatz. Minus 394 bei einem Auftrag. Also das war echt kein Job für mich. So, wir schlafen gerade aus. Wir müssen gleich schon wieder auf die Arbeit. Ach.